so okay freunde wir schauen uns auf jeden fall noch mal ein soundcheck von dem s 500 an ist ja auch ein w 220 ich hatte ja auch ein das ganze wieder mit straight pipes 19 leute haben auf jeden fall nicht gehört ich würde sagen wir hören uns das ganze mal an und dann können wir auf jeden fall eine meinung äußern okay tonqualität ist ein bisschen schlecht aber bruder v8 krank das ist sound meine lieben freunde genial was hat er eigentlich hier gemacht sein handy gegen irgendwas gestützt oder anstatt deshalb anstatt dass das halt irgendwie weiß nicht höher legt oder zu einem kumpel sagt hey film mal kurz lass mal kurz ein soundcheck video machen ich auch nicht so wild weiß ich mein geil wie gesagt 306 ps ist natürlich keine kampfmaschine so aber die gibt es auch mit 367 ps aber ja freunde das wird ein 306 sein ist geil die s klasse wenn ich jetzt 5000 euro habe versuche ich meine zurück zu kaufen ich denke ich weiß wer sie hat wenn er sie noch hat muss man mal kontakt aufnehmen also wenn ich 5000 über habe ich höre ich hole den zurück natürlich haben die kisten viele mängel und so aber ist einfach ein geiles auto ich würde den nur sonntags oder so rausholen ich werde irgendeine garage wäre schon ein traum so größte fehler der hat sehr sehr schöne felgen drauf also geil geiles video krasser sound ich weiß nicht wie man sowas disliken kann wie gesagt die leute gönnen alle nicht es ist zum kurzen auf youtube also geil